herzlich willkommen zurück zu let's play pokémon advanced adventure jetzt das mal bin ich genau hier stehen geblieben bei dem weg ich glaube eher weniger daran dass ich das noch schaffen werde weil ich toge tickets zum team heilen in dem korn genau ich mache einmal ließ ich mache nicht und den rest ist mein team ja was ist denn dies sieht ich mache so ein treffen gehört ach das kann man anscheinend nicht sortieren während dessen man kämpft so nicht sie bitte danke leber das könnte sogar noch was werden ich habe wirklich jetzt gezweifelt aber jetzt bin ich wieder voller vertrauen wo ist denn jetzt mein schöner übertrank hin das ist eine gute taktik mit dem die zieht da muss ich mich selbst loben und das war's mit dir toge dick toge tic danke auf jeden fall rosa ringe da bräuchte ich jetzt ein kampf pokémon aber gängel aber ich glaube es kann nichts gegen mich ausrichten das hätte es jetzt nicht schon das gemacht unser ring besiegt und als nächstes kommt explodent klingt nach einem gesteins pokémon ist es aber nicht nicht ach das war normal ja gerne doch ja 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 da ist nur noch eine stufe Oh, das ist jetzt die letzte Stufe. Ah, Kürte gehilt leider. Nein. Ach, Mann. Da mache ich natürlich Gengar. Xatu, da bleib ich Ombud Gengar drin. Das geht ja auch so weit. Bam. Komm schon, noch einmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal, ja. Maskeregen. Maskeregen, Maskeregen, was mache ich denn gegen dich? Wasserkäfer, soweit ich weiß. Ah, jetzt trifft es. Auf jeden Fall doch nicht Wasserkäfer. Okay, mach ruhig weiter. Scary Face, okay. Bam. Und. Fly. Und es reicht. Yes. Ich kann es nicht glauben, ich hätte niemals gedacht, dass es möglich ist, unser Security, also unser Sicherheitssystem zu besiegen. Nö, vielleicht. Äh, weiß ich jetzt nicht genau. Super. Tu der Welt ein Gefallen und besiege clean. Sag ihm nicht, dass ich das gesagt habe, aber wir zählen alle auf dich. Schalte ihn aus, Nöc. Ich habe es geschafft. Ich bin endlich in dem Pokémon-Hauptcard hier. Jetzt ist es Zeit, clean zu finden und eben ein Enter zu setzen. Okay, da habe ich es so geschafft. Ich speichere mal kurz. Yes. So, mal schauen, was hier lang geht. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ach so, du bist ein Rätsel. Da ist so etwas ähnliches. Was? mir nicht du könntest der eine sein was zur hölle war das egal ich muss mich weiter bewegen ich weiß jetzt nicht ob ich gegen den kämpfen muss nicht da reingehe ich speichere jetzt ja komm mal so ich gucke einfach mal glück gehabt das hier habe ich alles hinter mir ich verstehe nicht warum man eine seiner vms verlieren sollte keine ahnung was das zu bedeuten hat wie kann man sich alle tms kaufen wahrscheinlich und bist du ich mache mal 27 leber 18 voll hier 40 also insgesamt und dann noch für die store auf 40 so das ist mein team ich weiß nicht ob ich es mit dem team schafft glaube ich lieber noch mal trainieren sollte aber dann wäre die folge jetzt sehr kurz einfach du bist der eine über den viel gehört habe so du bist wirklich dazu in der lage unsere security zu besiegen sage ich mal allerdings dass unser unsere pflicht dieses aufkartier zu schützen es ist egal ob wir den einführer unterstützen wir haben alle glauben in dich wie will ich bin bereit ja und ich probiere es es ist jetzt hier wieder ohne unterbrechung oder wie was wird das so die kohle ist wasser ich dachte mir alles ja das hätte ich jetzt nicht sagen soll was ist denn mirror code und warum ist das das einzige was du einsetzen kannst nein 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 ähm shadow punch so rück ab und zack und regeiß ok Ich wusste jetzt nicht, dass wir nur Legendäre dabei sind, aber anscheinend doch. Mach ruhig weiter. Ja, ja, nein. Oh, Mann, oh. Okay. Nein. Das ist abkennen. Ob ich dann nie gehört? Zack. Da bleibe ich mal drin. Ja, nein. Toll. Nee, was wird das? Ja, toll. Ja, toll, ich bin sofort tot aus. Aber ich dachte, es wird wenigstens etwas. Hier, wo Leber. Ähm. Trubius kann ja auch nichts ausrichten. Ich muss noch irgendein Backup beleben. Ja. Ähm. Ich hab jetzt nicht das Gefühl, dass hier irgendwas Sinnvolles dabei rauskommt. Ähm. Ich lass mich einfach besiegen. Ähm. Ich lass mich einfach besiegen. Ja, tiefglade. So, das war nix. Das war's mit dem Part. Bis zum nächsten Mal. Naja. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit dem Part. Ich werde nächste Folge nicht das Hauptgott hier machen. Ich werde da hochgehen. Und bis zum nächsten Mal. Das war's mit dem Part. Und das war's. Ich werde da jetzt mal ein paar controle. Und das war's.